Ja, 2009 war eigentlich auch so ein bisschen sein größtes Fick, also mit dem so ein bisschen die Lämpfer im Mund ein. Die haben wir uns gesagt haben, dass wir auch so gut sind, dass wir in der Nachrichtung auch nach Racklein haben, Darum setzen wir noch mal an den Schusswand am Kaffee Räumann. Und vorsichtig, Leute, abend das ist der Jürgen Deinz. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR